Das lange Wochenende ist oben, es darf wieder gehandelt werden, wow, da könnte man sich doch eigentlich freuen, allerdings nicht so sehr, wenn man auf die Indizes guckt, zumindest mal auf einen Teil der Dow Jones aktuell, wir sehen das hier, YM, der Future auf den September, da sehen wir die aktuelle Bewegung, sehr stark nach unten orientiert, ganz klar eine Abwärtsbewegung, gut, wir hatten es ja schon angedeutet, eigentlich so ein richtig schöner Fünfweller, hätte eine gute Chance hier schon im Groben zu Ende zu sein, klar, das eigentliche schöne Cluster wäre hier oben erst gewesen, das hatten wir ja mal schon mal ausgemacht, aber er muss es ja nicht erreichen, spätestens da hätte ich aber gesagt, sind die Chancen so erdrückend für einen Dreh, naja gut, also, aber mit was rechnen wir jetzt, bis jetzt alles mehr oder weniger erwartungsgemäß, zumindest mal vom Groben, das heißt nicht notwendigerweise, dass man das auch immer positiv umsetzen kann, aber nach diesem Fünfweller, den wir hier jetzt haben, wäre eigentlich eine schnelle Abwärtsbewegung, noch eine schnelle Abwärtsbewegung, ganz klassisches Bild, also ein ABC-Muster nach unten, um anschließend wieder nach oben zu gehen, denn das große Bild ist nach wie vor bullisch, also machen wir uns nichts vor, da haben wir ganz gute Voraussetzungen eigentlich, dass der Kurs als Nachgang weiter nach oben gehen kann. Das gibt jetzt tatsächlich neue Chancen wieder, wie weit geht so ein Rücksetzer klassischerweise? Naja, die Größenordnung ist generell gerne irgendwie so in diesem Bereich hier, er kann auch weniger weit runter gehen, als das, was ich jetzt hier einzeichne, nur das Doofe ist, also die Wahrscheinlichkeiten sind auch nicht gering, dass so ein Rücksetzer vielleicht nur bis hierhin geht, und dann ist halt die Frage, ist das schon wirklich der richtige Rücksetzer oder eben doch nur was in dieser kleinen Größenordnung? Deshalb habe ich es am liebsten, wenn er bis dahin irgendwie geht und auch nicht ganz so schnell, also sprich, wenn sich das Ganze noch ein bisschen Zeit lässt, also jenseits dieser Falllinie hier eben passiert, also hier auf der rechten Seite, also streng genommen, wenn es irgendwo in dieses komische Muster hier reinfällt. Wie gesagt, das darf ein bisschen höher auch sein, das kann auch ein bisschen niedriger unter Umständen, aber das wäre so eine Orientierung, die ich ganz klasse fände, insbesondere, nein, eigentlich ausgerechnet dann, wenn das Ganze nicht jetzt mehr oder weniger so senkrecht runter geht, mit einer kleinen Kurve, sondern wenn das Ganze dreiwellig wieder hier hinfällt, dann haben wir nämlich diesen typischen Zusammenhang wieder A, B, C und damit ja die beste Voraussetzung für die bullische Seite. Also abwärts scheint aktuell das akute Bild zu sein, so muss man sagen, halten wir das mal im Auge, das würde uns dann neue Chancen wieder geben, tatsächlich nach Longs zu suchen. Im Moment bin ich da wenig erpichter drauf, insbesondere wenn die Bewegung dann doch so steil ist. Gucken wir nochmal ganz kurz auf den S&P 500, da ist der Kurs auch an ein Cluster gekommen. Also wir sehen, auch hier gibt es eine ganze Reihe Indizien dafür, lass den mal so langsam aber sicher gegen Ende kommen. Also das muss ja nicht jetzt ein Riesendrama sein, das ist komplett jetzt zu Ende und nie wieder, sondern es ist ja durchaus denkbar, dass das einfach nur so ein vorläufiger Rücksetzer eben ist. Die Zählung, die ich hier jetzt mal so angedeutet habe, die ist tatsächlich fraglich, ob die noch ist, müsste es vielleicht sogar so in etwa laufen. Also dann, dass wir da quasi die fünfte Welle zu Ende haben und trotzdem dann nochmal sogar bis hier runter kommen. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, das festzustellen. Aber die Chance, dass der Fünfweller hier 1, 2, 3, 4, 5 ist quasi, ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist mit der Überlappung ähnliche Argumentation wie vorher, dass es vielleicht sowas wie ein Ending sein kann. Na gut, also da will ich mich noch nicht für irgendwas festlegen, müssen wir ja auch Gott sei Dank nicht. Aber vorsichtig aufpassen, so eine Bewegung, die wir jetzt hier haben, die so weit gestiegen ist, die jetzt in einen Widerstandsbereich reinkommt, ist die Chance relativ groß, dass man sagt, ach komm, das nutzen wir doch gerade mal für ein Päuschen. Also ich würde mich auch hier nicht wundern, wenn wir diese aktuellen Bereiche, im Moment steht der Future, das ist ES, der Future, auf den S&P bei 4.330, 32 genau genommen. Wenn der jetzt hier mal ein bisschen runter käme, da würde sich eigentlich keiner nach umdrehen. Also Mindestrücksetzerniveaus, also ohne weiteres hier bis 250, also 4.250, bitte keine Panik jetzt. Das wären eigentlich ganz normale Geschichten. So, dann haben wir noch ganz zum Abschluss den NQ, das ist der entsprechende Future auf den Nasdaq 100. Auch den sollten wir uns natürlich im Auge behalten, denn die Tech-Titel, die sind ja immer noch spannend. Hier sieht man noch nicht so richtig im 4-Stunden-Chart, dass der Kurs auch nur annähernden Ambitionen nach unten hat. Im Gegenteil, wir sehen sogar im zugegeben sehr kurzfristigen Bild, dass das aktuelle Rücksetzerverhalten, was wir hier haben, das ist ein Rücksetzer, das ist gar keine Frage. Aber das ist nun mal klar korrektiv, das ist nicht groß anders wie hier. Es ist halt nur groß und nicht so klein wie das hier. Also eigentlich ganz gute Chancen, dass es sich nochmal nach oben fortsetzt, insbesondere beim Bruch dieser Marke, dann haben wir beste Voraussetzungen, dass dieses ABC sich nochmal fortsetzt. Das gibt es hier im Kleinen, ihr seht das, ABC, das gibt es hier im Großen, dieses Wackelige. Da kann man vielleicht schlecht sagen, es ist ABC. Und hier hätten wir auch gute Voraussetzungen. Jetzt, das ist gut, das ist jetzt live ganz kurz mal, naja, live in der Aufzeichnung natürlich. Jetzt geht er nach unten raus. Klar, wenn er das hier oben nicht bricht, wenn er dieses Zwischenniveau nicht bricht, wenn er dieses Zwischenniveau nicht und so weiter, dann ist das eben nicht das Zeichen, dass der Markt jetzt tatsächlich läuft. Also das ist das, warum ich immer sage, es ist so wichtig, auch die Bestätigung abzuwarten. Das tut einem manchmal weh, weil manchmal verpasst man es deshalb. Manchmal ist der Kurs dann auch, so teuer will ich eigentlich gar nicht, will jetzt unten einsteigen. Ja gut, aber unten ist es halt immer so eine Sache, denn wenn er da nicht dreht, er muss es ja nicht tun. Es gibt ja manchmal die Situation, man macht das einfach nicht, dann ist es doof, wenn man da fälschlich mit dabei ist. Soweit die aktuelle Situation hier. Jetzt mal abschließend noch einen ganz kurzen Blick auf Gold. Gold aktuell wunderschön im Anstieg. Ich hatte dazu ja ein Video gemacht am Wochenende, ihr habt es vielleicht gesehen. Ein schöner Anstieg hier, jawohl. Das bietet Chancen auf mehr, mindestens, dass wir sowas ähnliches nochmal bekommen. Allerdings müssen wir damit rechnen, je nachdem, ich weiß nicht, ob jetzt der Rücksetzer kommt, aber dass das dann immer noch im Rahmen so einer 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C und anschließend nochmal so eine Abwärtsbewegung ist und später erst nach oben geht. Ich kriege hin und wieder dein Feedback, ja, aber wie kann das denn sein? Du kannst doch nicht jetzt dich auf die Abwärtsseite dafür schlagen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, der Kurs muss doch steigen. Ich sehe das auch. Ich sehe gute Argumente nach oben. Viele sagen, der Markt ist manipuliert. Gut, das ist mir als Händler nahezu egal. Ich muss ja nur gucken, in welche Richtung er manipuliert wird. Und aktuell ist das, was wir im großen Bild sehen, noch nicht auf der bullischen Seite wirklich angekommen. Das wird erst anders, wenn der Markt diese Zone hier, also dieses 1 zu 1 hier, also das ist nicht buchstäblich bei exakt 1850, das wissen wir erst, wenn wir den Rücksetzer hier auch haben, aber wenn er das eben nach oben verlässt, dann kann man sagen, ja, okay, das ist jetzt doch wieder ein ganz anderes Bild. Ich brauche die Long-Seite mit jedem Rücksetzer. Das ist aber eine Geschichte, die funktioniert ja nicht erst hier oben, die würde ja auch hier schon funktionieren. Ihr erkennt das Spiel wieder, also da immer gucken, wo ist die schwache Seite, wo ist die starke Seite und sich dann entsprechend auf die starke Seite setzen. Die schwache abwarten, den Trigger abwarten, um dann eben mit teilzuhaben an der Bewegung, so gut es eben geht. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Wollen wir mal gucken, wohin der Markt sich jetzt nach dem langen Wochenende orientiert. Dann gibt es auch wieder richtig tolle Trades. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Liebe Grüße.